Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage. Wie kann die verlogene und oberflächliche Welt wahrhaftiger und tiefer werden? Das ist eine melancholische Frage und es geht tatsächlich auch um Melancholie. Schritt 1, die melancholische Diagnose, nämlich dass die Welt verlogen und oberflächlich wahrgenommen wird. Melancholie entlarvt Oberflächlichkeit und Falschheit, Lüge und blindes Machtstreben. Vor allem sehen wir Ungerechtigkeit, wenn wir melancholisch sind. Wir sehen ein System der Gier. In dieser Diagnose liegt der politische Sinn der Melancholie. Melancholie ist politisch, wo ihr Leiden keinen Mangel anzeigt, der in der melancholischen Stimmung, also in Menschen, liegt, sondern einen Mangel, der in der Welt liegt und im Handeln der Menschen. Diese Texte sind aus meinem Buch von der Tiefe des Lebens, ein Wörterbuch der Melancholie, in dem ich eben die Melancholie als Phänomen untersuche, aber eben auch zum Beispiel in dieser Implikation des Politischen. Schritt 2, daraus aus dieser Diagnose ergibt sich eine melancholische Forderung. Melancholie kann uns in die Tiefe des Lebens führen, kann uns die Welt und auch uns selbst öffnen und Bereiche erschließen, die wir nur vage erahnen. Denn wenn in der Melancholie oft jedes Wünschen, Wollen und Planen ausbleibt, wenn es in der Melancholie kein Sinngefühl und damit auch keine Vorfreude auf Taten gibt, dann gibt es andererseits, gerade dadurch, dass all das ausbleibt, Platz für ein ungekanntes Empfangen. Es geht um ein besonderes Wahrnehmen, Erfahren und Erleiden. Dies ist kein Wissen und kein Verstehen, sondern ein Erfahren. Die Tiefe des Lebens zeigt sich in der melancholischen Stimmung nicht begriffsförmig. Also die melancholische Forderung, dort, wo es die Verhältnisse zulassen, nicht laufend hinter unseren Möglichkeiten zurückzubleiben, sondern sensibler zu werden, empfänglicher, verstehender, kultivierter, ja, feiner und liebevoller. Die melancholische Forderung, dort, wo die Verhältnisse es zulassen, in jedem Augenblick die Tiefe des Lebens und echte Wahrhaftigkeit einzulassen oder auch zuzulassen. Die melancholische Forderung möchte ich noch mit einem weiteren Textauszug unterstreichen. Aus der Erfahrung der Tiefe des Lebens speist sich die Forderung nach einer besseren Welt. Diese Forderung ist unbescheiden und kann als maßlos erscheinen. Doch so voraussetzungsreich, labil und unwahrscheinlich die bessere Welt im politischen Sinne stets ist, hinter der Forderung steht die Erfahrung, dass es trotz der Fremdheit der Welt in der Melancholie und trotz ihrer Bedrohlichkeit auch für die melancholische Stimmung einen Zugang zur Welt gibt, einen Glauben an das Leben. Dieser kommt aus der Offenheit für die Tiefe des Lebens, geht aber nicht darin auf. Vielmehr bedeutet der melancholische Glaube an das Leben eine Entscheidung, dass nicht die falsche Welt das letzte Wort haben soll, sondern die wahrhaftige Welt, nicht der Tod, sondern die Liebe, um es mit jenem Pathos zu sagen, vor dem die Melancholie nicht zurückschreckt. Die melancholische Forderung besteht also auch darin, dort, wo es die Verhältnisse zulassen, sich für echte Liebe zu öffnen und diese in jedem Augenblick einzulassen oder auch zuzulassen. Schritt 3 ist jetzt aber ein Einspruch gegen diese melancholische Forderung, nämlich die Menschen sind verlogen und oberflächlich, weil sie die wirtschaftlichen, politischen, institutionellen Verhältnisse dazu zwingen. Die Verhältnisse selbst sind Ausdruck eines kompetitiven und agonalen kapitalistischen Wirtschaftssystems, das Angst und Druck schürt. Die Verhältnisse sind auch Ausdruck der Macht der Natur, zum Beispiel Hungerkrankheit, Tod, und auch Ausdruck der Macht von Menschen über Menschen, zum Beispiel Ausbeutung und Herrschaft. Die verlogene und oberflächliche Welt kann daher nur durch die Umgestaltung der Welt wahrhaftiger und tiefer werden und nicht, wie es eben hieß, indem wir tiefe Wahrhaftigkeit und Liebe in jedem Augenblick einlassen. Soweit also der Einspruch gegen diese melancholische Forderung, sich für die Tiefe des Lebens zu öffnen. Und ich möchte auf diesen Einspruch eine kleine Erwiderung geben, nämlich Wahrhaftigkeit und Tiefe sind eigentlich doch in jedem Augenblick dort zugänglich, wo Menschen sich trauen, einander in Liebe und Solidarität zu begegnen. Ja, wir müssen die Welt insgesamt umgestalten, aber wird das voll und ganz gelingen? So fragt die melancholische Stimmung zurück. Zur Take-Home-Message. Die melancholische Diagnose und die Forderung lauten, die Welt wird als verlogen und oberflächlich erfahren. Wir sollten, wo immer es die Verhältnisse zulassen, uns trauen, uns füreinander zu öffnen und gemeinsam mit mehr Tiefe, mit mehr Wahrhaftigkeit und Liebe zu leben. Der Einspruch dagegen lautet, ehe nicht die politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und institutionellen Verhältnisse grundlegend umgestaltet worden sind, wird es tiefe Wahrhaftigkeit und Liebe eher im Privaten geben. Wie kann die verlogene und oberflächliche Welt wahrhaftiger und tiefer werden? Ich habe euch eine melancholische Frage präsentiert und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.